Wir in der Frühlingsrunde haben wir zwei erste Plätze für 160 und zwar die Frank Hocke und Armin Benicke. Haben wir da, genau. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt kommt es los. Tagessieger. Jetzt kriegt der Tagessieger natürlich uns wieder. Bitte bringen Sie ihn zu Hause. Danke. Geht zu. Dann kriegst du noch was. Wie viele sind auf den Filmen drauf hier und hier ist der Alter dann? Reden für eine Elementschaft. Was kommt jetzt noch? Und zwar haben wir hier einmal den Sportanzug der InfoA. Sowas fehlt mir auch noch. Und da ist das heißt, um deine politische Vergangenheit, habe ich von dir das Jahrbuch von Dieter Reier. Und zwar das Protokoll des sechsten parteilichen, der sozialistischen Einhörer Deutschlands. Ohhhh. In Deutsch. Ohhhh. In Deutsch. Dann haben wir noch den Maik Vellenberg auch noch. Vielleicht erst mal drei. Was? Als Tagessieger. Aber ich habe den Maik Vellenberg war... Ja, deswegen habe ich ihn geguckt. Ich habe ihn nur ganz kurz. Okay. So, vielen Dank. Ja. Ich habe ja noch mehr Vellenberg, aber der ist leider nicht da. Ich habe ihn genau durchgeguckt hier. Gut. Ohhhh. Als Mannschaftsgewinner haben wir das Panzerregiment 16. Ohhhh. Mit Ari Menecke, Michael Englach, und Michael Breusner. Ich habe mir das sagen lassen. Ich bin mir das Fanster. Weil wir gehen das Ding immer aus, wenn ich da an. Bei mir geht das Ding immer aus, wenn ich da an. Das war mal ein guter Tag. War stark gewesen. Müssen wir mehr mitnehmen? Noch mehr?